Jo, heute zurück zu Vampire, wir sind hier an den Docks, äh, wir wollen ja irgendwie, genau, unsere, Ja, weil den suchen wir nämlich eigentlich, wer hat uns denn eigentlich übelst, äh, wir schauen. Wir haben uns denn eigentlich infiziert, beziehungsweise zum Vampir gemacht, das ist ja im Moment, äh, Quest-Gegenstand, ich gucke jetzt nochmal hier ein bisschen weiter, weil mich interessiert natürlich, ob es hier hinten noch irgendwas Interessantes zum Weitergehen gäbe, ah, okay, das ziehen wir jetzt natürlich zunächst einmal rein, okay, Schmiermittel brauchen wir immer, kann man hier ins Wasser eigentlich rein, nein. Okay, gut, man kann hier die Trappe nehmen oder wir gehen da oben rauf, ne, ist eigentlich wurscht, äh, aber cooler ist natürlich, sich da rauf zu biegen. Kann man den, egal wie lange benutzen, den Sinn, ja, scheinbar, ne? Ja, blöd, so, die Frage ist natürlich, da hat einer herangetoucht. Ja, okay, ist wurscht, ich gucke jetzt erstmal hier ein bisschen. Ah, jetzt mal locker bleiben, wir werden ihn schon finden. Hier wären wir raufgekommen, wenn wir die Treppe genommen hätten. Das ist schon groß, ne, ich kann jetzt hier aber mal kurz ein bisschen, äh, okay, abgrasen ist nicht, wir gucken einfach mal da weiter. Ähm, ne, ich wollte eigentlich mal Map, äh, wie geht Map, Map, oh. So, das Unterschlupf. Dau ist immer, ist riesig, die Karte, mal gucken, oh, shit, Susbrock, okay, die Docks. Ja, wird schon noch ein bisschen was geben hier, also. Noch eine Blutlache. So, hier raufgekrabbelt, oder was? Ne, warte mal. Egal, ist sie weitergegangen, oder? Aha, neuer Unterschlupf, okay. Hier kannst du dann EP verteilen, ja, okay, wenn wir denn Neues haben. Oh. Achso, muss ich, muss ich irgendwas drücken, ja. Ja, das ist... Hab ich was nicht verstanden? Okay, keine Ahnung, alles auffüllen, vielleicht ist alles schon fertig, nicht gerafft. So, wir mal schauen. Herstellen, okay, sehr nice. Was kann ich denn? Gar nichts. Aha, jetzt können wir folgendes herstellen. Medizinische Behandlung. Sera, um dich selbst zu stärken. Waffenaufwertung, um deine Waffe zu verbessern und anzupassen. Okay, lass mal gucken. Gegen Erschöpfung. Blut, Armut. Aha, Blutvergiftung, okay. Ich kann aber irgendwie jetzt nicht Großes machen, ne? Lass mal gucken, was kann ich noch? Aha. Verbessern, oder was? Jetzt zerflock. Aha, aufhören. Okay. Dazu brauche ich... Okay, ich brauche ein paar Sachen, die ich alle nicht habe, ne? Okay, verstehe. So, kann ich irgendwas machen? Irgendwas Cooles? Wiederverwerten, okay. Okay. Habe ich kaputt gemacht, verstehe. Und jetzt kann ich mir hier irgendwas basteln. Naja. 45 Schaden. Was fehlt mir denn? Also, das habe ich. Aber da brauche ich Teil des gewinnlichen Griffes. Ah, muss man erst noch alles mögliche sammeln, oder? Oder, oder. Aha. Aluminiumkram haben wir. Okay, aber verstehe. So funktioniert's. Haben verstanden. Medizin herstellen. Ist nicht, haben wir nicht. Geht nicht. So, ein bisschen schlafen, oder was? Ah, nee. Okay. 500 haben wir. Naja. Körper. Zustand des Körpers. Plus 50 Gesundheit. Das wäre natürlich geil. 300. Puh. 1, 2, 3. Das ist cool. Was ist das? Plus 100 Gesundheit. Stufe 2, 300 kostet das. 200 haben wir nur noch. Okay. Geht nicht. Was kostet das? 300. Kostet das 300? 100 haben wir alles nicht. Nee, nee. Nö. Okay. Jetzt schlafen wir. Status stabil hier. Was alles das heißen mag, ne? So, lass mal in die Kiste gucken. Haben wir das alles nicht? Ich denke mal, das füllt meine ganzen Patronen auf, weil ich sie noch nie benutzt habe. Und auch nicht raff, wie es geht. Haben wir da gerade keine Probleme. So. Ah, vielleicht reicht das jetzt. Ich weiß nicht. Ich kann auch mal gucken, ob ich was herstellen kann. Ja, drei von, weiß ich nicht. Zwei von dreien. Wir brauchen drei. Okay, komm. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Es ist halt die Frage, was ich mache. Wie will ich hier wieder rausgehen? Ich gucke mal hier unten an. Ja, gucke ich gar nicht. Ich war im Müllhalde. Voll der Messie-Haushalt hier raus. So. Folge der Spur des Mörders mache ich natürlich gerne. Geht da hinten weiter. Tut mir das weh, ne? Wow. Details. Okay. Verstecken. Alter, unbekannt. Unbekannt, gesundzustand. Bla, bla. Krass, äh, im Moment mal zurück. Ist das hier mit dem Blut verbunden, oder was? Oder wodurch habe ich das gesehen? Die Leute sind nass. Okay. Okay. Bannstufe bla, bla, bla. Was? Muss aber da rein, ne? Oh, okay. 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 What is this place? This is Tom's bar. A turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina. If you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic. And now all these terrible murders. The murders? What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog? What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you heard about the epidemic? It was a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just of other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Oh, yeah. Course. I mean, I'll best check on them. I'll leave then. Thank you. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow. You look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been... It's been a long night. Been there. Seen that. Don't worry. Things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle. See? This is important, sir. Are you sure? No one has come in here in the last few hours. I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's the local boogeyman. A convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone. Blamed a sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairytale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. What's going on around here? It's like everybody is... You must be new. Okay, der bringt mir nix mehr, würde ich sagen. Tschüss. Oh, was heißt das? Es gäbe dingen. Oh, was heißt das? Es gäbe dingen. I'm looking for someone, who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen, went straight up to his room. I thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Okay. Okay. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir, no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Okay, we're doing no funny business. Let's see if I'm going to tell you what you're talking about. You again? What can I do for you? Okay, long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Do you know about the murders? Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came around here. We're on our own. People die in these parts all the time and no one cares. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks bodies have been found. On those poor sods didn't die a flu. Thank you. Goodbye. Okay, good. Also, der Typ ist ein Stockwerk höher. Papp, papp, papp. Geh mal die Treppe hoch, hat er gesagt. Das ist die Lady nochmal. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man die jetzt anschaut. Und sagt halt, hier, geh mal die Details. Oh, sorry. Oh, cool. Okay. Hinweis gesperrt, Hinweis gesperrt. Okay, Personenkreis, Pipapo. Tom Watts. Oh, Alter. Ah, okay. Alles klar. Man lernt die Leute kennen. Okay. Mom, mom, mom. Okay, man muss sich alle mal anschauen. Okay, ich verstehe. Okay, ich mache mal das aus. Okay, und er hat gesagt, kein Quatsch machen und hier an der Tür klopfen. Oh, Alter. Oh, Alter. Lass uns in, wer du bist. Slowly, Vampire. Wer bist du? Ich meine, du hast nichts zu tun. Say it, the Vampire. Resent dich. Ich... Ich brauche ein Wort. Ich brauche... mit... 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 Das ist nicht so nett. Genau, pack mal weg. Und wer könnte du sein? Ich bin nicht sicher, dass ich mehr weiß. Kann ich zumindest lernen, der Grund von deinem Präsenz? Das ist keine Frage von dir. Ich bin nicht so nett. Herr, du hast in meine Zimmern in der Mitte der Nacht, kalt als ein Abenteuer und schmerzt wie ein Baum. Also bitte, indulge mich. Einiges... jemand... ist... zuzvanen Menschen. In fact, zuzvanen sie. Sie schocken sie. I am. The calling card of a vampire. Like you. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here, too. I... I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Hmm... A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Oh, I don't believe I'm going to do it. I want to answer it. I will at last have the answers to my questions. Hmm. Then I can only wish you a good hunting. And pray we shall meet again. Tja, ich dachte, er hilft mir. Mal die Kohle abziehen bei ihm. Sehr nice. Das geht. Kann ich nochmal mit ihm sprechen? Ne, ne? Can I have some privacy, please? Ja, kannst du. So. So. Okay, gehen wir nochmal raus und wenn es gut oder was und folgen der Spur nochmal. Dahin gehen wir raus. Anwohner oder die Typen hier zum Beispiel? Ich weiß es, ich gesagt nicht. Soll ich nochmal fragen hier? Willkommen zurück. Findet ihr was du nachher waren? Ich kann nicht sagen, was ich habe. Are you sure, no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Hinweis benötigt. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Yeah, understood. So. We'll just look at if not the lady will tell us something. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin? Hahaha. Hahaha. Has anybody entered the bar recently? Recently? Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle. This is important, sir. Are you sure? No one... Ah, I don't know. Tschüss, tschüss, tschüss. I'll leave you to your bottle then. Ja, und das würde ich auch so sehen. Hm. Anwohner ist natürlich irgendwie außerhalb. Ich kann die Damen aber nochmal fragen. Ich will die Wahrheit. Okay. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. Miss Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was gonna clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Hmm, okay. Okay. Bürger, du hast soeben einen Hinweis entdeckt. Dieser erfüllt eine geheimen Information über einen Bürger oder jemanden pipapo. Okay. Lass mal gucken. Tom Watts. Okay, Frage, Schalte, Hinweise erhöhen die Menge dieser EP. Okay. Okay. Tom und William, dann lass uns mal gucken, ob wir da nicht ein bisschen was besprechen können. Digger, du erzählst mir jetzt mal was Neues. You again. What can I do for you? Bürgerhinweise. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the cannon factory before it closed. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside. And then he left when I refused. Okay. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Okay. Okay. I'm looking for the boats. Hmm, the boats. I'm looking for the boats, right? So. Puh, the boats. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me? To this city? Little boats there. I don't know. Let's go to the map. Let's go to the map. This man has just been drained of blood. What's this? Some sort of note. These men, they're a company of professional vampire hunters. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. This man was armed. He tried to defend himself. Blood and empty gin bottles. Tja. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. There, there. There, there. Okay, I'm going to go to the top of the hill. I'm going to go to the top of the hill. Oh, I'm going to go to the top of the hill. This is nice, right? Okay, a little spooky here. Mal rein. Flip through the blood. Western dogs. Okay. Come on, I'm not going to go to the top of the hill. Okay, it's going to go back up there. I'll look at the top of the hill here. I'm going to go to the top of the hill here. It's locked, alright? And what's locked here? Kohle. Ah, very good. And Kohle. Oh, oh. Is this healthy? It's not so bad, right? Counter-Agriff. Oh. Ist das alles kaputt? Wird jemand gesprochen, oder was? Was ist denn hier los? Okay, Patronen ist in Ordnung. Y, um sie einzusetzen. Ich gucke hier trotzdem mal ein bisschen rum, ne? Auch wenn das ein bisschen nervt. Okay, also das ist nicht so nice hier. Ist richtig kaputt. Da hinten geht's weiter. Ich gucke hier. Okay, was machen die Jungs da? Schmeck ran. Oh, und wer ist er? Okay. Das ist gut. So, folgender Blutspur ist wirklich da hinten raus. Guck ich mal, ne? Das ist nicht so erbaulich. Da sind wir. Jetzt gucken wir mal. Ah, Widerstände. Manche Gegner können gewissen Schadenshand besser widerstehen. Physisch, Fernkampf, Kräfte, la la la. Mhm. Mhm. Oh, they're back if I were you, sir. Go back home, Idiot. This one's mine. Oh, okay. Ballern rum. Will ich umgehen. So, kann ich hier mal weg? Ich will nicht zwangsloggen mit dem Kämpfen. Okay. Ich glaube, ich muss erst noch lernen, wie das geht, weil man kann ja wahrscheinlich auch die Typen hier alle aussaugen, wie beim letzten Mal. Und dann geht's mir besser, weil es sieht nicht so gesund aus, was mir gerade los ist. Egal. Hat ja erstmal geklappt. So, das ist nicht interessant. So, nichtsdestotrotz, wir sind hier jetzt erstmal durch und da hinten ist noch einer, ne? Da, hinter. Ich komme jetzt erstmal hier lang. Ah. Nee, erstmal vorbeilaufen vielleicht. Oh, weiter hinten ist. Water. Hier drin vorbei geht, ne? Oh, bleib hier. Ja, ich weiß es. Es ist schlimm, aber es ist so, wie es ist. So, noch mehr Blut. Okay. So. Okay, kaputt ist er. Ja, ja, ja. Okay, er hier ist auch hart drauf, glaube ich. Okay, kaputt. Ja, ja, gleich vielleicht. Okay. Okay. Es ist zwar nicht so nice, ich hab's noch nicht so richtig rausgefunden. Ich muss mich jetzt wirklich hier gut durchfalten. Aha, nice Sammelobjekt. Sehr schön. So, jetzt ist aber die Frage. Bloody blood. Bloody blood. Und hier geht's echt raus, ne? Dann geh ich aber nochmal da oben rauf, weil hier war ich ja noch nicht. Ups. Wann kriegt man denn die Sachen? Wann verlieren die die denn? Egal. Egal. Da hat er jetzt rauf beamen können. Okay, bringt jetzt nicht so viel. Mal gucken. Hier hinten nochmal weiter. Oh, okay. Weiß echt nicht, ob ich alle chillen muss. Das ist ja ganz nett hier, oder? Oder auch nicht. Oh, okay. Das ist cool. Okay, gut. Nichtsdestotrotz. Folge der Blutspur. Tap, tap, tap. Klopf, klopf. Sehr schön. Okay. Braucht er nicht mehr. Wollen wir was basteln jetzt im Moment nicht, ne? Geht mal wieder raus. Gut. Ich würde sagen, auch wenn wir jetzt hier im Unterschlupf sind, würde ich mal sagen, machen wir es beim nächsten Mal weiter, ne? Auf der Suche nach dem Verursacher. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.